In Namen des Verdes, Herr Albrecht. Ich finde es richtig, dass die Europäische Kommission da ein Grünbuch vorgelegt hat, das auch und gerade zu der Untersuchungshaft Stellung bezieht und Perspektiven aufweist, wie wir im Rahmen unserer vertraglichen Möglichkeiten solche Standards schaffen können. Ich bin der Meinung, gegenseitige Anerkennung ist nicht etwas, was man einfach mal eben so machen kann, indem man sagt, okay, wir akzeptieren, es gibt unterschiedliche Verfahren und die sind halt einfach so. Und wir schicken die Gefangenen hin und her und die Beweise hin und her und das war's. Nein, das kann es nicht sein. Die gegenseitige Anerkennung ist etwas, das hat zwei Seiten. Und das heißt einerseits natürlich, dass wir die Verfahren der anderen Mitgliedstaaten anerkennen, dass wir versuchen, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Aber das heißt andererseits auch das, was wir übrigens schon seit vielen, vielen Jahren als Europäisches Parlament sehr deutlich einfordern, gemeinsame Standards schaffen. Und ich bitte Sie, gerade bei den Mindeststandards im Verfahren, im Strafverfahren und bei den Haftbedingungen, ihren Widerstand gegenüber diesen Maßnahmen endlich aufzugeben und anzuerkennen, dass dafür sicherlich auch eine Kompetenz vorhanden ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Albrecht. Und jetzt hat er die Wort, im Namen der Europa, der Freiheit und der Demokratie, Herr Darmuth, für eine Minute und eine Minute und eine Minute. Ja, Mr. Chairman, when the European arrest warrant was proposed and steered through the European Parliament by a British Liberal Democrat MEP, it was already...